Was gleich auffällt, wenn ich das Modell hier vor mir habe, wir haben ein Metallgehäuse, wir haben 22 Soundfunktionen und die Talfunktion darunter. Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden vom Modellbahnschub Lippe. Heute wird es austalgisch bei uns. Märklin hat die Baureihe 120 geliefert. Davon haben wir ja das Vorserienmodell in unlackiert bereits einmal kurz vor die Kamera gehalten. Jetzt haben wir hier die komplette Neukonstruktion. Ich würde sagen, wir fangen einmal an mit einem Unboxing. Ich packe es einmal kurz aus, zeige Ihnen, was alles so dabei ist. Natürlich erstmal fangen wir an mit dem Karton, ganz normaler Karton. Hier haben wir die Anleitung mit drin. Eine Garantieurkunde ist mit dabei. Dann haben wir eine Anleitung, in der die Sounds beschrieben sind und natürlich die Funktionen vom Modell, die Programmierung und so weiter. Und wir haben noch dabei für den Führerstand eine Erklärung. Ich finde immer sehr gut, dass Märklin das macht, wenn man die wirklich über den Führerstand fahren will, dass man auch wirklich sieht, welche Funktion was ist. Da fühlt man sich gleich wie ein richtiger Lokführer. So, das Ganze ist verpackt in einer Blisterpackung. Hier haben wir die Zurüstteile. Es sind wie immer Luftschläuche mit dabei und Kabel. Wir haben hier noch zwei Schürzen dabei. Wenn man die Lokomotive auf einer Seite ohne Kupplung fahren möchte, kann man dann die Schürzen anbringen. Jo, und dann war es das auch schon als nächstes und das Wichtigste, und zwar die Lokomotive. Eine richtig schöne Taigertrommel. Diese Lokomotive wurde im Original 1966 gebaut in der Lokomotivfabrik Luhansk in der Sowjetunion. Das liegt heute in der Ukraine. Diese sollte dann die Dampflokomotiven, also die Dampftraktion ablösen. Und die Dampflokomotiven waren bis 1988 noch im Einsatz und die Lokomotive der Baureihe 120 ist nur sieben Jahre länger gefahren, also bis 1995. Herzstück dieser Lokomotive ist ein V12-Motor mit 2000 PS. Dieser treibt einen Generator an, der wiederum sechs elektronische Fahrmotoren antreibt. Deswegen spricht man hier auch von einer diesel-elektrischen Lokomotive. Da die ersten Lokomotiven noch keinen Schalldämpfer hatten, hatte sie dann den Spitznamen Stalins Letzte Rache oder Taigertrommel, weil diese Lokomotive schon von Weitem sehr gut zu hören war. Was gleich auffällt, wenn ich das Modell hier vor mir habe, wir haben ein Metallgehäuse. Und der Rahmen ist auch weitgehend aus Metall, also ziemlich schwer, 605 Gramm wiegt sie. Wir haben hier schon die neue Kupplung verbaut, also das ist alles in der M-Höhe. Wir haben einen Sounddecoder mit MFX und DCC kann er auch. Wir haben 22 Soundfunktionen und Digitalfunktionen, darunter auch Maschinenraumbeleuchtung und Führerstandsbeleuchtung. Und wir haben vier Achsen angetrieben und davon zwei mit Haftreifen. Ich halte es mal in die Kamera. Da haben wir vier Haftreifen verbaut und dadurch haben wir auch eine sehr gute Traktion. Das Modell ist sehr, sehr gut detailliert. Wir haben oben durchbrochene Lüfter, wir haben alles sauber lackiert, also an sich ein wunderschönes Modell. Und jetzt habe ich auch genug geredet, jetzt möchten wir uns einmal die Funktionen anschauen und das Modell, wie es auf unserer Anlage fährt. Das Modell ist sehr, sehr gut. 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 Das Modell ist sehr, sehr gut.